Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Rapsplay. Der Nico hatte gerade einen Bug, dass er nicht mit uns mitzocken kann. Der hat sein Mikro gerade stumm gestellt, deswegen hören wir ihn nicht. Deswegen mache ich mit dem Tim gerade erstmal ein bisschen alleine weiter. Aber egal, zu zweit. Das kennen wir hier schon das meiste. Und dann legen wir mal los. Das ist ja eigentlich quasi genau das gleiche wie der Startpunkt in der Open- und Closed-Beta. Und jetzt schlängeln wir uns mal hier durch dieses Quarantäne-Zelt. Und gehen mal zum JTF-Officer. Wo ist er denn? Was haben wir denn hier? Genau, dass ich mir diesmal die Ausrüstungshändler noch mit angucken möchte. Nö, also ich kaufe hier nix. Was haben wir denn hier? Irgendwas? So, ich labere mal mit dem Officer hier. Sieht müde aus, Agent. Und ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch so viel zu tun. Also denk dran. Wolle ist bei diesem Wetter besser als Synthetik. Und hör mal, ich hab diesen Funkjob zwar nur wegen meines Ischias bekommen, aber ich werd dich mit allen Infos versorgen, die du brauchst, Schätzchen. Oh, Schätzchen. Schätzchen, sagt sie zu mir. So, hier gibt's ein paar Granaten und Munition und so ein Zeug. Alles klar, ich geh mal weiter. Da vorne ist das Auftragsbord, da können wir uns neue Aufträge besorgen. Hast du mit der alten Arkad schon gelabert? Ja, sicher. Ah, cool, hier steht ein Lager. Ja, fett. Gut, weil ich kann nicht mit der labern. Ja, ich hab schon mit der gelabert. So, Kartenaktualisierung vollständig. Dann gehen wir mal hier durch und schauen mal, dass wir zur nächsten Mission kommen. Ganz links ist nämlich eine blaue. Ich glaub, die würde ich als erstes gern mitnehmen. Ganz oben links. Da ist ein Kampf. Ja, ich kann die Karte ja auch nicht abscannen. Das ist aber komisch, weil... Ja, weil ich das gerade schon gemacht hab. Ach so, okay, also reicht's, wenn das einer von uns... Ja, ja, klar, wir sind in der Gruppe und alles, was einer macht, macht der andere automatisch mit. Ich warte mal kurz einen Moment auf dich. Wo bist du denn? Ich komm grad angelaufen. Alles cool. Alles cool, sagt er. Ach du Scheiße, ist das Zelt hier im Arsch. Alter, hier ist ja alles im Arsch. Sieht ja fast abgefackelt aus. Guck mal, der LKW hier. Das ist abgefackelt. Hier hat's wohl ein Feuer gegeben. So, wir greifen jetzt die Feindbasis an. Oder beziehungsweise bewegen wir uns erstmal auf die Feindbasis zu. Und schauen dann, dass wir die Leute neutralisieren können. Guck mal, ein Haufen Ratten. Ich zerquetsche sie unter meinem Fuß. Der Vogel fliegt durch wie durch. Ekelhaft. Widerlich. So, ich hab Chelsea entdeckt. Ich werde es Chelsea taufen. So. Wo schickt mich denn das Navi hin? Da hinten in die Seitenstraße rein wahrscheinlich. Wir sind auf der 10. AW. Avenue. Avenue. Es gibt Besseres. Oh. Oh, Thomas. Da gibt's ja direkt Gnade bei dir. Ja, sicher. Keine Gnade. Übertreib. So, was finden wir denn hier vorne? Newman Art. Oh, pass auf. Vor uns. Guck mal. Und Zündung. Nice. Einer down. Pass auf links. Oh, die Waffe zieht so nach oben, ey. Oh, der hält aus. Lila nach. Oh oh. Ja. Down. Down. Nice and Breezy. Ich finde, dass man merkt, dass die NPCs mehr Schaden machen. Ja, das kann gut sein. Aber wir haben ja auch richtig scheiß Equip noch an. Gut, ich markiere uns mal die nächste Mission. Guck mal, hier hinten ist noch eine Kiste, Thomas. Warte mal, wir sind da ganz oben. Dann würde ich sagen, fangen wir bei dem Nebeneinsatz hier an. Machen wir mal die ganzen Nebeneinsätze durch. Oh, Schätzchen. Da draußen läuft eine kaltblütige Wörderung rum. Ich hole dir auf jeden Fall die Kiste vorne. Eine gewisse Michelle Mason. Ich soll dich wohl bitten, ihr das Handwerk zu legen, aber du musst mir versprechen, vorsichtig zu sein. Ich lade ihre letzte Position hoch, aber du kannst nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Gut, Michelle Mason, das kennen wir doch schon. Gehen wir mal da hin. Alle Missionen machen, wir brauchen ein EP. Oh, ich freue mich schon auf so eine richtig geile Sniper wieder für die NPCs. Wenn man denen schön die Headshots geben kann. Aber es sieht ein bisschen besser aus, finde ich, als in der Beta, oder? Kommt mir das nur so vor. Dazu kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Nee? Aber ich glaube generell, dass die Grafik mit dem fertigen Spiel noch besser geworden ist, weil es in der Beta eher um das Spielerlebnis ging. Und ich denke mal, die Grafik wird da wohl ein bisschen runterskadiert worden sein, weil es halt dann doch eher auf die spielerischen Inhalte ankam. Das kann gut sein, ja. Aber das ist ja meistens so, wenn du auch ein Spiel hast für ein PC, wo du eine Beta kriegst, ist die Grafik auch nicht so, wie sie im fertigen Spiel ist. Das habe ich halt auch schon öfters gesehen oder jetzt auch letztens erst bei einem Spiel wieder gemerkt, damit andere Inhalte dann eher zum Vorschein kommen. So, was haben wir denn hier in der Nähe? Guck mal, da hinten. Achso, da ist der... Da ist, glaube ich, der Platz, oder? Was war denn hier nochmal drin? Wenn ich jetzt hier gerade ausgucke. Ah ja, genau, da ist der Hub. Nee, da müssen wir nicht lang. Wir müssen hier lang. Zu Michelle Mason. Da ist sein Kopfgeld ausgesetzt. Das streichen wir uns doch mal ein. Boah, guck mal, wie schön das hier aussieht. Guck mal, die guckt klasse aus, gell? Die schöne Sonne, ja. Und hier immer diese Rauchschwaden, die aus den Gullis aufsteigen. Ein paar Zeitungen und Fähnchen. Ich muss echt sagen, ich bin froh, dass ich es mir für die Playstation geholt habe. Erstens ist das ein Spiel, weil ich gerne mit dem Controller spielen möchte. Und zweitens muss ich klipp und klar sagen, der PC, also mein PC könnte es wahrscheinlich nicht so auf der Auflösung spielen wie deiner. Du wirst das alles wahrscheinlich auch toll spielen können. Oh, schön, schön. Oh, was grünes. Du wirst das ja wahrscheinlich alles auf Holz spielen können, aber das ist ein cooles Controller-Spiel. Ja, also ich könnte es mir auch mit Maus und Tastatur vorstellen, gerade weil du ein bisschen genauer zielen kannst und so. Aber auf Playstation läuft. Guck mal hier. Denk nur an die kranken Menschen, die darauf angewiesen sind. Könntest du wohl danach suchen? Oh, wir müssen hier verteidigen. Warnung! Eintreffen der Gegner! Oh, fuck! Das hier ist so ein Event, aber das können wir gerade mal mitmachen. Ja, natürlich, wir nehmen alles mit. Wo kommen denn hier Gegner? Und da? Nachschublieferung. Ach, da oben, guck mal. Guck mal auf die Brücke. Leck dich am besten. Warnung! Ware wird beschossen! Äh. Komm mal mit. Ach du Scheiße, wir müssen da hoch. Okay, einer down. Die schießen auch mit den Pistolen auf die Ware drauf, die Deppen, gell? Ja. Wollte, hinlach. So, ich muss ein bisschen in Deckung. Okay, down. Pass auf. Von hinten, glaube ich. Ja. Ach, wir müssen unten. Ach, wir müssen unten hin. Komm mal zu unten. Ja, ja, ja. Ich bin unterwegs. Einer down. Ja, einer abhängst mehr. Down. Hinten noch. Nice. Warnung, eintreffende Gegner. Ja. Das ist gut gewesen. Äh, wir müssen ganz nach hinten. Durch den Zaun. Komm mit, komm mit. Geh durch. Warnung, Ware wird beschossen. Nice. Einer down. Oh, fuck. Zweiter down. Oh. Alter, alter, alter. Boah, die machen Damage, ey. Heiliger Crack-Junk. Ich muss schon sagen, wir sind alle schwer beeindruckt, wie du die Medizinlieferung gesichert hast. Alter, wir haben das Gutes getan. Ich werde das nicht von dir erzählen, wenn ich ihn sehe. Das wird ihm gefallen. Blaupause, Knieschoner. Ey, ohne Blaupause. Wow, wow, wow. Hat sich nicht. Alter, kommen da viele. Okay, nur zwei. Down. Hat sich aber mal gelohnt, finde ich. Oh cool, erstmal gerade umrüsten. Ja, ich gucke auch mal nach, was ich bekommen habe. Gab nämlich eine neue Waffe. Aber nichts Besonderes hier. Eine Schrotflinte. Also man freut sich jetzt am Anfang über alles, was grün ist. Sehr fett. Ich hatte auch mit dem Andi geredet. Der hätte auch nächste Woche Zeit noch für einen lustigen Spieletag, Spieleabend, wie auch immer. Ja. Ich habe heute mal ein bisschen was mit dem Andi unternommen. Ah, ich habe endlich mal was für eine Optik. Optimale Reichweite. Okay, ich bin am Start. Weiter geht's. Okay, klick doch schon mal auch ordentlich. Ich ziehe mir jetzt erstmal eine Freizeitjagd an, Alter. Haha. Ich weiß gar nicht, ob ich was zum Anziehen habe. Guck mal nach, Aussehen. Ich habe eben schon was bekommen. Hüte. Ne, ich habe hier nichts Neues. Halstücher, nichts Outfit-Sets. Hm. Guck mal, was ist denn hier mit dem? Zivilist wird gescannt. Achso. Ja, dem kannst du jetzt was geben. Das werde ich nie vergessen. Danke, ich habe die EP dafür bekommen. Ja. Ist doch okay. Ist doch wieder abgestaucht. Okay, folg mir. Wir müssen jetzt hier in das Gebäude rein. Und das ist wahrscheinlich das mit dem Garten, glaube ich, oder? Ja, genau. Achso, du hast die Open Beta ja gar nicht mitgespielt. Aber gut, ich weiß, worum es geht. Da vorne hinter dem Häuschen stehen gleich ein paar Spieler. Äh, Spieler sage ich schon, Gegner. Die müssen wir umnieten. Und dann müssen wir so ein Gerüst hochklettern. Und oben steht dann die alte, die wir umnieten müssen. Pass auf, pass auf, Schläger. Fuck, ich bin down. Oh, du musst mir helfen. Oh, ich habe keine Heilung mehr. Die habe ich gerade der Tussi gegeben. Aber hier liegt einer auf dem Boden. Stirb. Oho. So, erstmal nachladen. Ja, pass auf. Ja, ich finde es gut. Ich finde es sehr gut. Oh, hier ist Gas. Alter, der kriegt sie. Der hat nicht so viel. Ja. Ist down. Sehr schön. Ah, eine schicke Wanderjacke. Sehr geil. Also, ich finde das auch besser, äh, vom, vom Schwierigkeitsrat her, muss ich sagen. Sagt mir eher zu. Hier vorne ist noch eine Kiste. Interagier damit. Explosivgeschosse. Nice. Schnellwechselmagazin, Alter. Jetzt geht hier richtig los, ey. So, hier sind die nächsten. Wo hattest du eine Kiste? Fuck, 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 fuck. Ich sehe ihn nicht mehr. Schläger. Schläger down. Nachladen. Meintest du die Munitionskiste? Ne, die andere habe ich ja schon aufgemacht. Die kann schrotzen. Du glaubst, Alter. Ja, kämpf erstmal hier. Wow, der macht Schaden, der Kerl da hinten. Down. Down. Alter. Wenigstens fängt das hier mal an, dass man grünen Loot bekommt. Ja. So. Direkt nochmal nachfüllen. Pass auf, pass auf, wir müssen hier hoch. Oh Mann, die haben gar keinen Schaden davon bekommen, von der Granate. Schläger. Alter, ich bin fast down. Woo. Da oben ist die Schlampe. Muss ja auch passen. Was ist mit dem? Soll ich drüber klettern? Komm, scheißegal. Ne, ne, ne. Ne, ne. Klar. So, die alte steht jetzt da oben drauf. Da, hörst du sie? War das hier eine Mission in der Beta? Ja, ja, genau. Alter, oh, sche... Alter. Was hat die für Schaden macht diesmal? Scheiße. Jetzt hab ich dich abgeknallt. Und, kriegt sie? Sehr schön. Ja, gut. Du hast es gehört, dass du alles Nötige gefunden hast. Prima. Ich hoffe, du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung. Die kriegt man nur ganz schwer wieder raus. Du hast es gehört, Thomas. Waffenteile gibt es hier. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Alter, guck mal hier. Hier gibt es eine schöne AK-47. Ne. Doch. Arbeitsmaske habe ich hier drin. Aber die ist schlechter als meine. Oh, schade. Ich kann ja gleich mal gucken, was es so gab. Dann kann ich hier nicht runter. Wollen wir uns gerade erst mal ausrüsten? Oder gleich? Machen wir gleich. Obwohl, komm, wir gucken mal rein, was wir jetzt haben. Immer so nach einer Mission kann man mal reinschauen. Noch eine M4 habe ich bekommen, aber... Boah. Eine Rüstung. Macht ein bisschen mehr Schaden, ey. Komm, behalt mal lieber Rüstung. Ich muss mal hier... Level 5. Nö. 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 Gut. So, also ich habe erst mal nichts Neues. Gehen wir weiter. Gut, ich wähle mal die nächste Mission aus. Da hinten haben wir noch eine vergessen. Die müssen wir natürlich noch mitnehmen. Ah, das mit dem Wasser-Dings. Okay, latschen wir mal da hin. Warte gerade noch. Ich rüste gerade noch meine neue Waffe aus. Ja, ich gehe schon mal vor, weil wenn wir da sind, muss ich sowieso die Folge erst mal beenden. Und dann starten wir in der nächsten Folge direkt mit der Wasserdampf-Mission. Die die meisten ja wahrscheinlich schon aus der Beta kennen. Aber ich finde es ganz cool, wenn man am Anfang die Sachen macht, die man schon kennt. Und dann immer weiter ins Spiel reinsteigt quasi. Und sich immer weiter vorkämpft. Neue Ausrüstung ergattert. Und immer was dazulernt. Ich bin gespannt. Ja gut, für mich ist das ja jetzt noch komplett neu hier. Mit der, äh... Mit der Mission und alles das, was jetzt noch kommt. Ja. Ich habe das ja so nicht mitgespielt. Aber ich finde das ziemlich cool. So, Wasserversorgung. So, hier geht's rein. Wir müssen Agenten entdecken, warte mal. Hier ist irgendwas. Hier. Agentenspur. Michael Trudeau, analysiere Daten. Orte Agenten. Agentenspur entdeckt. Aha. Und jetzt? Was muss man da machen? Mit einer Agentenspur? Ja. Äh, hier. Analysiere Daten. Orte Agenten. Agentenspur entdeckt. Man muss in diese Richtung gehen. Sollen wir das mal kurz machen? Ja, komm. Ich kenne das nicht. Zivilist. Hier, warte. Hier ist was? Analysiere Daten. Orte Agenten. Agentenspur entdeckt. Wahrscheinlich müssen wir hier rein. Komm, wir gehen mal runter. Ich habe jetzt einen schönen AK-47. Ja, nice. Fange Funkübertragung an. Hier liegt was? Agentenspur? Wir müssen den Wasserdruck in der Stadt senken. Die löschen unsere Feuer schneller, als wir sie legen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Arbeit behindern. Ja. Analysieren. Da vorne ist noch die nächste. Hier ist was. Geil, 300 EP bekommen. Gut, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Denkt bitte an den Daumen und an Feedback in die Kommentare. Und dann bis zur nächsten Folge. Sei Pam. Ciao. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...